Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Anneben drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gucken in den Daily Shop vom 3.8.2019. Bedeutet, wir drücken jetzt direkt mal auf den Shop und wir fangen an mit der rechten Seite und zwar, äh mit der linken Seite meine ich, mit dem Wu Kong, also mit einem Skin, der schon seit ewig, ewiglich lange nicht mehr im Shop war. Ähm, und ja. Achso, achso, jetzt hat das doch gleich. So. So Leute, wir haben den Wu Kong hier. Der war schon ewiglich lange nicht mehr im Shop und zwar seit 129 Tagen. Was gibt's denn dem? Der Wu Kong. Ich finde den cool. Ich auch. Von mir 8 von 10. Von mir 10 von 10, klar. Für 2000 Meter. 3,13 von 5 bei 53 Wurzeln, erst mal am 18. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 19 mal und 33. Dann kommen wir jetzt, äh, Drachenax, bzw. Dragonax. 7 von 10. Von mir kriegt die auch 10 von 10. Die ist mega geil. Warum hab ich eigentlich... Ich hab 7 von 10 gesagt. Von mir kriegt die 10 von 10. Drachenax, hab ich die? Ich hab die doch. Ich hab aber nicht. Doch. Nein. Hä? Du siehst, du hast die nicht. Ich hab die nicht gekauft. Du hast die nicht die Drachenax. Ich hab die nicht. So, jetzt überlegt er sich über das, was ein zweiter Count holt. Nee, für wen? Für wen? Weil er ja die ganze Zeit schon für ein zweiter Count nach einer Picke sucht. Hihi. Das ist ja nervig. Was soll denn das? Erstmal vielen, vielen Dank nochmal an alle Unterstützer, die sich auch den Battlecast mit unserem Supporter Code geholt haben. Supporter Code? Supporter Code? Und ähm, wir können so ein Crater Code. Ja, geil. Du hast echt rausgefunden. Mit dem Crater Code. Ey, wir sind... Leute, wir sind epic... Supporter. Wir haben einen Supporter Code. So, also. So, also die Drachenax. 10 von 10. Mann, ich hab die nicht. Warte. Ich hab's überlegt. So, Leute, nein, ich kauf's mir nicht. Ich hab mich noch, 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 noch überwunden. Okay, dann gehen wir jetzt zum Beastisch-Schützen. Ja, das hatten wir ja gestern schon drin gehabt, da hast du aber keine Mauten. O." Nee. 4,18 von 5 bei 11 O zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 11 Reminders. Schon sehr beliebt. Dann hier Beastpilot. 3,71 von 5 bei 7 O zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 6 Reminders. Leute, ich hasse den Roboter. Der Roboter. Epic remove diesen Roboter jetzt, der stört damit komplett competitive, so wie damals mit dem Scheißschwert. Family Friendly? Nein. What? Diese Folge darfst du kein Family Friendly dazu schreiben. So, also weiter. Roborandale. Was gibt's in dem Ding? Roborandale. 3,5 von 5x Robots und 3x Minus. Ich hasse den Roboter. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht nur. Ich hasse ihn. So, Cynthia. Sieht echt ziemlich übel aus. Das Teil, dreh mal rum da hinten. Da hat man dann noch dieses Kinderelektro. Ich hasse nicht sowas wie immer, aber da hast du schon was besseres gehabt. Schrecklich, 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 schrecklich. Und Cynthia geht von mir auch nur 4 von 10. 4,5 von 10. 3,5 von 5. 3,5 von 5. 3,5 von 5. Dann kommen wir zum Knieklatscher. Mega geil das Teil. Der Rhythmus, wo ich mit muss. Für 500 D-Bucks das Teil. Knieklatscher, oder? Mega cool. Ich krieg von mir 10 von 10. 10 von 10? Ja. Okay, von mir kriegt der auch 10 von 10. 4,2 von 5 bei 32 Worte. Erst beim 7. Januar 2019 im Schock gewesen. Seit dem 6,61 Reminders. Mega geil. Dann kommen wir zum Dschungelsperren. Scout. Ein Tryhardskin. Hey. Für 800 Gers. Und wirklich ein hässlicher. Das muss man echt sagen. Wobei, ich könnte mir jetzt sogar gut vorstellen in der Dschungel, also wirklich im Dschungel, dass man sich damit ganz gut tarren kann mit dem Teil. Also für Leute, die da irgendwo in dieser Gegend gerne abspringen. Empfohlen. Da ist es okay. Und es ist anders so noch ein Tryhardskins. Weil es gibt ja Videos auf YouTube, diese Tryhardskins kommen, wo es müsst ihr haben. Ja, also von mir kriegt das Teil 4 von 10. Von mir kriegt das Teil 2 von 10. 4,04 von 5 bei 67 Worte. Ich verstehe es nicht. Am 28. Februar 2018. Es ist ein Tryhardskin. Ja, aber ich finde den so pottenhässlich. Ich auch. 26 mal im Schock gewesen und 102 Reminders. Ist wirklich hässlich. Ja, ich weiß. Lama Glocke. Mega cool. Nicht Lama Glocke. Lama Glocke. Mega cool. 10 von 10. Lama Glocke für 800 V-Bucks. 10 von 10. Lass doch mal den Sound ein bisschen laufen. Ja. 4,6255 bei 106 Wurzeln. Am 20. August 2018 im Schock gewesen. Seitdem 15 mal und 191 Reminders. So, dann kommen wir wieder zum Chumgo Major. Finde ich auch cool. Also die ganzen Emotes heute sind echt mega cool. Von 500 V-Bucks auch wieder 10 von 10. Von mir auch. 3,67 von 5 bei 18 Wurzeln. Erst vom 21. März 2018 im Schock gewesen. Seitdem 4 mal und 32 Reminders. So, und dann? Oh, boah. Das ist so schlimm. Und das, Leute. Das verstehe ich. Hä? 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 WTF geht nochmal bei dir rein? Hä? Hä? WTF? Der war gerade eben noch komplett anders. Willst du mit... Hä? Du musst nochmal raus und nochmal rein. Hä? What the fuck is this? Was ist das für ein Emote? Wie ist das für ein Emote? Wie ist das für ein ist das für ein Emote? Wie kommt es zu machen? Im Alltag an? schreiben sie gestützt sind dann direkt könnt ihr mal drunter schreiben wie wenn wenn es mal jemand gemacht hat wie viele burpees kriegt ihr hin das ist nämlich echt mega brutal so aber jetzt ja klar wir haben das halt jetzt vermischt hier diese burpees kann es mal drehen zur seite dass man es auch besser sehen kann immer bitte zur seite so sieht das dann in der idealform aus ja so richtig schön auch mit liegestützposition und wieder hoch und dann haben sie da groß war es haben sie noch einen rülpser mit reingenommen ja ich finde die idee witzig ich finde die idee witzig und dann kriegt der burpee rülpser rülpsburpee ich habe mich noch gewohnt wieso nennen die das rülpser burpee hier heißt er im englischen sogar burpee ja genau da heißt er burpee im englischen und das teil kriegt von mir alleine wegen dieser durchgeknallten idee 8 von 10 von mir auch und weil ich ein absoluter burpee-fan bin 4 von 5 bei 4 votes und erst beim 3. august 2019 im schock verwiesen seitdem einmal ja der burpee 4 von 5 bei 4 votes und null reminders dann kommen wir zu den dann kommen wir zu den neuen items das ist geil der sieht cool aus das ist geil das ist mega geil der sieht cool aus also wirklich das ist das ist das sehe ich auch so also ich finde ich finde ich auch mega cool der teil das findest du mega gut ja finde ich ja 500 b-bugs ich sehe dich dass du geil findest ich finde es geil der 9 von 10 gut okay Leute also wir müssen mal ganz kurz hier die Aufnahme wo man gewissen wird jetzt gehen wir auf die ähm wo warst du denn jetzt nein mach das nicht hier zack als geschenk kauf nicht mach es nicht warum nicht nein gönn holen wir irgendwas anderes so den dann gleich mach es nicht LGTG was was ich nennen lila grün äh lila rot gelb gar nicht gar nicht okay dann gebe ich die lila so okay damit kriegst du dann auch dieses geschenk direkt beim perfekt damit hast du das geschenk bekommen Dankeschön Dankeschön mach ich gleich auf alles drauf ist mega geil also ich finde die cool mit theoretisch ne coole radierung die finde ich besser als ja Lava ist noch ein bisschen besser ne finde ich nicht besser nicht dann finde ich nicht okay oh Gott das gibt's nicht oh Epic nimmt den Roboter raus tut uns den gefallen oh ooooh kannst du das kannst hier nicht sehen ne doch oder ne doch ooooh das sieht schon fett aus geil das sieht schon echt fett aus das würde ich echt sagen also das ist schon Ich hoffe dass er dir gefällt ich hoffe dass die dir Spaß macht vielen vielen dank die ist mega geil wirklich mega geil Dankeschön hoff ich mega geil so wie die Küsten ja ja die Gingstin ich gebe da auch 4 von 5 bei zwei Worts im ersten Mal heute im Schock gewesen und 3 Reminder ist das gute ist und so krass wie die die von weitem auf die siehst du ja ganz weit wenn sie nicht schon dann Rissbron aber das hier krass Hammer was gibst du dem? und dafür 100 FPS weniger was gebe ich dem 7 von 10 7 von 10 kriegt von mir Rissbron kriegt von mir auch 7 von 10 5 von 5 bei einem Worts und ein Reminder wenn es euch gefallen dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da schreibt euch die Kommentare schreibt eure Meinung zu Season 10 schreibt eure Meinung zu den Roboter schreibt eure Meinung zu allem bis dahin auch noch ein und tschüss 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 tschüss